Der Mann im Bademantel mit der wunderbaren Schlafmütze, Martin Fink am Bass. Und der Mann neben mir, rechts neben mir sitzend, ganz früh aufgestanden, Carsten Riegel, Landergitarre, CC Radar. Ja, guten Tag, ich bin der Heiko, ich bin auch mit dabei. Grüßt euch. Heiko Schmidt, schönes Jahrhubis, wir freuen uns auf das Dichterhubis, so wie es hörbar Musik von Helium 6, der Band Gipsy Band. Was kommt so her? Seit 2005, da waren wir ja alle noch Kinder. Und wo übt ihr? Wir üben ja eigentlich gar nicht mehr, weil wir können ja auch nichts, aber wir üben in Wachenbogen. Wir haben wunderschöne Studio der Thunsteller in Wachenbogen. Na gut, da habt ihr es ja wirklich nur auf die Ecke. Was hören wir jetzt, 100 pro Deutsch? Major Tom in einer wunderbaren Tango-Relation. Major Tom. Mike Ho. Bei mir auch alles klar? Ach, mir kommt, ich verwechsel es, oder? Und ich gebe Helium 6, geht los. Kommt nicht durchgecheckt, steht sie da und wartet auf der Schaden. Alles klar, ich schreit sich um ein paar Daten. Die Kuh hat dann ein paar Fragen. Ich weiße, dass ich das jetzt immer noch mal verpasst. Der Kuh und dann läuft. Der Kuh und dann läuft. Bestimm das Handeln, man verlässt dich blind, auf den anderen nieder was genau, was vor dem abhängt, jeder ist im Stress. Doch Metatron, mach einen Scherz, dann hielt er ab und verrichtungsgerüst von der Erde, steht das Raumschirm, schwerweillos. Verrichtungsgerüst von der Erde, steht das Raumschirm, schwerweillos.